Moin Beuen und Hallo! Herzlich Willkommen zu einem neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Yeah, es ist Sommer. Was brauchen wir denn da? Ja, ein Schnorchelset. Und ich hab's getan. Das modernste vom modern. Eine Vollgesichtsmaske. Oh yeah. So wollte ich schon immer mal haben. Dieses Jahr habe ich's mir geholt. Ich habe ja sozusagen schon mehrere von diesen Tauchmasken, also von den Standardmasken, von den Schwimmbrillen etc. Die benutze ich dann im Schwimmbad oder so. Aber das Ding hatte ich noch nicht. Ich wollte unbedingt mal eine Vollvisiermaske haben, um da ein integriertes Schnorchelsystem drin zu haben. Und es sieht wirklich abgespaced aus, oder? Das ist von Malren. Das ist eine Tauchmaske, Vollgesichtsmaske oder halt Schnorchelmaske genannt. Mit 180 Grad Blickfeld freiem Atem-Schnorchel-Set. Und was cool ist für mich als Videomacher, man kann hier oben an diesem Punkt eine GoPro-Haltung dran machen. Es soll leckdicht sein. Vollmaske für Kinder und Erwachsene geeignet. Es gibt zwei Versionen. Ich, mit meinem Fettkopf, brauche die große. Die L-XL-Version. Das heißt, wenn ihr den Nasenrücken seht und dann vom Nasenrücken zum Kinn misst, und es ist ungefähr zwischen 16 und 17,5 cm, dann holt ihr euch S-M. Und wenn 18-20,5 dieser Abstand ist, zwischen Nasenrücken und Kinn, dann geht ihr auf die L-XL-Version, die ich mir hier geholt habe. Oh, die Verpackung. Echt cool. Also das Ding hier erinnert eher an so eine abgespacede Atemmaske, als an ein Schnorchelset, oder? Aber es ist echt cool, wie es bis jetzt aussieht. Also ganz edel verpackt auch. Wir schauen uns jetzt mal an, ob die edle Verpackung auch das hält, was drin ist. So, es ist soweit. Wir öffnen das Paket und schauen uns an, was uns dann erwarten wird. So, schön aus Pappe alles. Jetzt, was haben wir hier unten? Oh, cool. Zugaben. Guck mal. Habe ich ja gar nicht auf der Rechnung gehabt. Habe ich gar nicht gesehen, dass da auch so ein cooles Bag dabei ist für euer Smartphone. Das heißt, das könnt ihr dann direkt mitnehmen. Läuftiges. Oh yeah. Wollen wir erstmal gucken hier. So, das müssen wir mal aufschneiden. Und dann gucken wir uns an, was da als Zugabe dabei ist. Ich habe diese coole Maske nämlich gesehen und dachte, boah, ich will Scham. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da auch noch so ein Bag dabei ist für die wasserdichten Transport eures Smartphones. So, wie machen wir das denn hier? Aha. Also die Dinger nach innen. Dann kann man das öffnen. Ja. Hier drin ist eine Gummi-Membran. Das Plastik ist übereinander gehalten. Hier ist mit Gummi. Und dann kann man dann dort sein Smartphone reinpacken. Oder seine Kamera oder was auch immer. Und kann das zumachen. Ja, zack. Und zack. Aber ich habe es irgendwie jetzt falsch gemacht. Das wird beidseitig funktionieren. Und dadurch, dass wir das jetzt gelockt haben, sprich zugemacht haben, kann man jetzt da sein Smartphone oder andere Utensilien reinpacken und unter Wasser transportieren. Cool. Ey, das ist ja geil. Zack, zack. Jetzt könnte man hier das super transportieren. Und dann aber auf der anderen Seite hat man hier die Möglichkeit, das dann festzumachen. So. Und dann kannst du es mitnehmen. Cool. Okay, aber ey, zurück zur Maske, ne? Mann, ich bin jetzt so abgelenkt gewesen. Was haben wir denn hier? Wir haben die Maske in einem schönen transportablen Mitbringsel, Bag. Mit Klettverschluss zu schließen. Wir haben hier eine Trageöse. Und da drin ist die Maske. Sie ist nochmal eingepackt, um die Vorfreude meines Auspackens zu gamen. So. Yeah. Cool. Es sieht aus, ey. Es sieht voll cool aus. Es ist jetzt natürlich noch was oben drauf. Wir machen mal die Folie ab. Folie ab. Alter, sieht das cool aus. Hier unten, seht ihr, ist ein Ventil oder zwei auf jeder Seite. Das heißt also, wir haben hier dann die Möglichkeit, dass die Luft, die hier in dem Raum ist, dort reindrücken kann und dann wohl abtransportiert wird. Hier oben kommt der Schnorchel dran. Der Schnorchel hat hier auch noch eine Gummidichtung. Gut. Auch hier die Gummidichtung fühlt sich sehr gummatisch an. Hier haben wir dann, boah ja, das ist schön. Eine gute Halterung. Da ist noch was drin. Und hier unten sehen wir dann, ja, hier sehen wir es. Da ist das Ventil. Wenn man da drauf drückt, also drauf atmet, wird dann hier die Luft wieder entweichen. Und hier oben zieht ihr die Luft an. Das heißt also, ihr habt jetzt nicht, wie bei anderen Systemen oder bei eigenen Schnorcheln, immer sozusagen, das hier ist der Schnorchel. Ihr habt dann nicht, wie beim normalen Schnorchel, übernimmt der Schnorchel nicht dies ein- und ausatmen, sondern in dem Fall, wenn ich das richtig sehe, übernimmt der Schnorchel das Einatmen und die da unten angebrachten Ventile machen, übernimmt das Ausatmen. Geil. Super Technik. Super interessant. Hier oben ist ein, einfach nur ein Röllchen drin, was dafür da ist, um, wenn ihr dann nicht gerade am Atmen seid, das Loch zu verschließen, damit dort kein Wasser eindringen kann. Sehr schönes Finish hier draußen, sehr schönes Material. Und hier haben wir noch die Halterung für die GoPro. Oh yeah. Okay. Das heißt also, das wird dann hier drüber geklipst. Ich gucke mal, ob ich das vorher dann montieren sollte oder später. Lassen wir es erstmal weg. So. Erstmal hier den Dingspunst weg. So, also hier seht ihr das Ventil zum Ausatmen. Die sind ja dann natürlich denen zufolge auch dafür da. Ja, sehr interessant. So, einstellen kann man hier was? Ja, hier einstellen. Wenn ihr hier dran zieht, macht ihr es, dann nehmt ihr ja von der Feststellung, nehmt ihr ja was weg. Das heißt also, beide Seiten ziehen und dann werdet ihr hier hinten eine härtere Bauart haben. Und wenn ihr dann in die andere Richtung zieht, zack, habt ihr gerade gesehen, das ging rein, dann könnt ihr das den Kopfumfang vergrößern. Okay, wie kriegen wir das hier dran? Da unten ist ein Nippel, da ist der Nippel. Hier ist ein Gegenstück zum Nippel. Das heißt also, wir werden den einfach da draufschleiden und einrasten lassen. Schaut euch das so an. Und drinnen, zack, gut, ja, ist drinnen und jetzt sieht die ganze Maske so aus. Hier ist euer Kopf, hier ist euer Gesicht, hier ist der Hinterkopf und die Maske lässt dann die Luftaufnahme nach hier hinten weg. Und sie ist auch so gemacht, schauen wir das von vorne an, ihr schwimmt ja nach vorne, hier kommt ja auch ein bisschen Wasser dann drüber. Boah, cooles Design. Und hier unten, auf der Unterseite, nimmt ihr dann das Wasser auf. Sehr cool designt und es sieht echt stylisch aus. Oh yeah. Cool. Echt coole Maske mit einer tollen Technik. Das heißt also, ihr habt das System hier oben, kommt Luft rein, wird verteilt, ihr atmet die Luft natürlich dann ein. Und wenn ihr dann ausatmet, also ein Überdruck hier drinnen vorherrscht, öffnen sich die drei Ventile und lassen dann hier unten die Blubberbläschen raus, die dann an eurem seitlichen Bereich des Kopfes abtransportiert werden. Cool. Und wenn ihr dann ein bisschen filmen wollt, macht ihr das Ding da drauf und clipst das dann fest und dann könnt ihr auch unterwegs euch ein paar Aufnahmen durchballern. Mal gucken, ob das so geht. Oh ja, zack, zack, zoom. So, und hier könnt ihr jetzt die, das ist ein Mount, jetzt könnt ihr hier also dann die GoPro dran machen und seid so auch filmtechnisch unterwegs. Denkt dran, in Schwimmbädern dürft ihr in Deutschland nicht filmen. Deshalb muss ich euch das hier leider als Trockenübung gleich auch demonstrieren. Aber es ist, ist ja nicht schlimm, weil so funktioniert das Ding und ich, ich bin schon richtig heiß drauf, das hier mal ausprobieren zu können. Also sieht super stylisch, super cool aus und dabei gibt es noch hier so eine wasserdichte Verpackung für euer Smartphone, wenn es nicht wasserdicht ist. Aber es ist alleine schon sinnvoll, das Ding mitzunehmen in der Verpackung, damit ihr es nicht verliert. Also coole Tauchermaske, die wir jetzt mal anziehen werden. Yeah. Und schönes Material, schön schwarz, schöner Blick. Hier könnt ihr auch an den Seiten durchgucken, vorne durchgucken. Gutes Glas verwendet, also sieht schon mal richtig cool aus. Yeah. Kommen wir zur Benutzung dieses coolen, steinischen Teils. Ihr haltet, also hier ist mein Gesicht, hier ist die Maske und ihr flutscht unter dieses Dreieck. Da flutscht ihr mit eurem Gesicht durch und lasst diese Gummidichtung, dass dann ihr Job erledigen, dass sie euch einfach unter die Maske dann ansetzt. Wie gesagt, hier könnt ihr dann verstellen, an dem Ding schnippe ich hier ziehen und damit macht ihr mehr Druck. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt rein und dann werde, eventuell werde ich nicht mehr so laut sprechen wie vorher, aber wir gucken mal. Also einfach rein damit, Kinn hier unten dran und drüber ziehen. So. Ausrichten. Hier unten läuft es rein. Und hier oben läuft es rein. Dann könnt ihr das fester machen, indem ihr rechts und links zieht. So. So. Und das sieht cool aus, oder? Jetzt schwimmen gehen. Cool. Und hier hinten. Ihr seht hier hinten, hier. Schaut ihr dann die Luft an. Geht hier rein. Ihr atmet sie ein. Und hier vorne kommt dann die Luft raus. Und verteilt sich an eurem Körper dann. Es ist alles gut abgesichert. Und das spürt man. Auch hier unten alles dicht. Sehr schöne, coole Maske. Und somit kann man auch an der Beach ein bisschen rumrollen, oder? Yeah. Und das finde ich toll. Yeah. Und ich kann auch gut atmen. Und auch gut ausatmen. Alles funktioniert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.